Fabio verletzte Matista, Matista wurde von Gästen verletzt. Bei der Handgreiflichkeit in der Raucherlounge verletzte Fabio Matista. Dafür habe ich null Beweise. Matista erledet Verletzung, da stürmische Gäste... Ja, dann... Ja, das... Ah, schwierig. Ich weiß, dass ich die Nachrichten kann. Alter, weiß ich mal zusammen. Wer denkt denn nur an... Okay. Aber es sollte nicht viel Zeit dauern, richtig? Wir sind alle beschäftigt, nachher alles. Ich muss dich erst examinieren. Obachten wir. Trägt Schminke. Rote Punkte. Ausschlag von Haarfärbemitteln. Buchen Eile seine Hände. Sehr teuer. Robert Manchius ist ein äußerst reicher, exzentrischer und frivoler Mann. Er ist der Veranstalter der Feste für die Elite Cordonas und der Eigentümer des Manchius-Anwesens. Er verbirgt sein Leben in Gesellschaft ähnlich unprivilegierter Menschen. Allerdings möchte Mr. Manchius sein wahres Alter vor der jüngeren Gästen seiner Feste verbergen. Das Altern bereitet ihm so große Sorgen, dass er sich schminkt und seine Haare färbt, um jünger zu wirken. Dann gibt es noch... Dieser frivole Lebenswandel hat ihn allerdings extrem vorsichtig werden lassen, was seine Gesundheit anbelangt. Er setzt in diesem Zusammenhang so viele Chemikalen und Haarmittel ein, dass er damit seine Haut schadet. Ich würde auch das Erste. Ich glaube, er will seinen Alter irgendwie ein bisschen verstecken. Sie sind ein bisschen über den Top mit Ihren makeup, Mr. Manchius. Ist es so schwierig für Sie zu knohlen Ihre age? Well, Sherlock, das ist easy für Sie zu sagen, wenn Sie als Kind wie Sie sind, als Sie sind 15 Jahre alt. Aber trotzdem, es sollte nicht ein Problem sein für jemanden von Ihrem Status sein. Für die Leute meiner agee, es ist nicht ein Problem, nein. Aber die jünger Menschen können so Angst haben, dass sie so Angst haben, und gray flecks. Ich habe zu adapt. Such a methodical man, who cares for his body, but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here, with you alone. Oh, God, bitte, zügel dich. Hello, Keks. Huh? Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening. Who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties. Assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true laborers, I see. Um... What was Fabio like? His personality, his habits. Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? They have a bit of something else to open. I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. I've no idea about that. You'd better ask someone else. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. You'd better ask someone else. You'd better ask someone else. But you're sort of in a house now. That's not something I know much about. That's not something I know much about. I've no idea about that. What's this? Ja, er war mein Protégé und mein Beacon, also. Das klingt gar nicht creepy oder so. Das klingt gar nicht, aber das falsch ist. Der Mann, das war Herr Pinchetti, dein Major Domer. Was? Santos? Aber wie kann er sogar wissen? Wenn er nicht der Mörderer selbst ist. Der Ungrateful Swine. Er hat versucht zu besmirch meine reputation. Nicht eine sehr eloquente Sprache. Was soll ich ihn dann sagen, weil er ein Snitch ist? Mach ihn sprechen, Sherlock. Ich bin sicher, er weiß mehr über den Mörder, als er die Polizei erzählt hat. Okay... Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Also, they require proof to free you. Das war's. Der mighty Sherlock Holmes spars in, die Officesse was zu denken, und der Welt obeysiert? Das ist nicht. Ich habe, ich habe ein Verhältnis mit dem Constabletzen, und ich habe eine freehande in der Zelle. Ich finde das Proof, um das Problem zu lösen. Er obtains files über meine Mutter's death für mich. Well done. Wenn man die Macht, oder will, kann man actieren, dann muss man. Ich frage mich, wenn man nicht die Proof, um die Wahrheit zu erzählen. Würde man ein Lied zu dem Guard, die mir meine Freiheit hat, knowing meine Innocence? Würde das nicht einfach sein? Ich frage mich, Würde es nicht, Würde es nicht, Würde. Ich werde mein Bestes zu lösen, aber mit Proof, nicht Deception. Really? Wie viele Worte lies habe ich gesagt, auf dieser Island? Warum nicht für mich? Warum nicht eine andere? Das ist absurd. Ich kann das nicht ohne Kompromisse machen. Ich kann das nicht aufhören. Ich glaube, ich kann Ihnen nichts sagen. Ich glaube, ich kann Ihnen nichts sagen. Ich würde nicht alles sagen. Ich kann dich hier aufhören. Ich würde nicht alles sagen. Ich denke, ich kann dich nichts sagen. Aber ich habe nichts gesagt. Ich denke, ich kann euch nichts sagen. FBI Open App. Weiß er was über Mathis da? Wie ist er so unnütz? Okay, wo finde ich denn jetzt aber den anderen Typen? Kurt Manchius machte sich für die Ausschweifungen frisch. Manchius machte sich für die Ausschweifungen frisch. Kurt Manchius wusch sich nach Fabius' Ermordung das Blut ab. Das ist jetzt halt die Frage. Vielleicht hat er ihn ermordet. Aber wir haben noch keine Beweise. Hallo MacApple. Alter, sag dir nichts weiß. Ja, oder er weiß Sachen und sagt es uns nicht. Wow, wir sind jetzt hier auf der Polizeiwache und saufen. Krass die alle. Warum haben die denn keine Infos? Aktenzeichen? Kann ich mir Aktenzeichen hier anschauen? Wahrscheinlich nicht. Aber mein Zahntuch sowieso ist nervvoll. Did you hear Basilio? Basilio Capello ist in depend... Was ist das? 30 Unschuld Was ist das? Das ist einfach noch ein Fall. Super. Ja? Bitte schön. Warte. Ähm. Der Schein. Haben wir doch eingesteckt oder nicht? Dann schauen wir mal. Neun Sachen gibt es hier. Dann schauen wir mal hier erstmal, ne? Okay, gut. Okay. Dann schauen wir mal. Okay. Sie bezahlen mich, aber deswegen bin ich noch lange nicht ihr Eigentum. Natürlich werde ich ihre großzügigen Geschenke behalten, auch wenn sie ihren letzten fürchterlichen Ausbruch nicht ungeschehen machen können. Ich verlasse sie. Matista wird aber bleiben. Fabio. Wir wollten nicht mehr. Das Gefiel den Matisto, äh, nicht Matisto, sondern dem... Okay. 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 ein Schlüssel zum Altarum. Das ist nicht für die Liederung. Dieser Exilibris gehört zu der Manchios Bibliothek. Der Buch beschreibt ein Ritual, ähnlich wie das, was in der Altarum gemacht wurde. Danke, Officer. Und der hat ihn anscheinend sehr... Der wollte das halt nicht zulassen. Und sie wollte ihn wiederbeleben, wahrscheinlich... Also töten und wiederbeleben mit dem Ritual, das dann die Liebe für sie schlägt. Das ist schon hart. Ich bin busy. Du hast bereits deine Quote von mir geholfen. Ich habe einen Goldner durch. Wer hat überhaupt dieses Ritual erfunden? Das ist schon immer geholfen. Er hat die Liebe. Er hat ihn als ich. Ich bin wie ein Lieblner Emergent. Das war wieder zurück. Und das ging mal. Er hat das. Er hat das. Er hat den Werken. Er hat die Liebe. Er hat die Liebe. Er hat das. Er hat das. Er hat die Liebe. Er hat die Liebe. Er hat die Liebe. Hahahaha! Echt? Ich bin hier. Ich bin hier. Kann Matista haben sie aus Ihrem Buch genommen haben? Sie hat mich gefragt. Wie ungratvoll. Die Dinge in der Bibliothek waren inspirierende für die Rituals? Sie glauben, dass Blood, Symbols und Inkantationen kann resurrecten die deaden? Sie sind nur eerie tales, mit einem mixen von occultism und voodoo. Meine Rituals sind ein stage zu zeigen, die die Forbidden-Pleasures zu zeigen. Ich habe diese Letters von Fabio. Es hat keine Addressee, aber es war in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strang. Ich glaube nicht, dass die beiden korresponden. Ich bin sicher, dass es ein paar Erklärungen gibt. Würdest du es lesen? Sie nennen mich superstitious, aber ich will nicht, dass ich eine Letters von einem totes Mann lehre. Ich glaube, ist das nicht früher häufiger? Also so Ritual und Zeug? Ich dachte, das wäre so ein Ding gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in der heutigen Zeit auch noch so Ritual und sowas gibt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Du erzählst mir jetzt was über den Brief hier bitte. Du erzählst mir jetzt was über den Brief hier bitte. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist, das war der Abbruch. wie die Polizei über das Verrugnis erzählt hat. Es war Santos Pinchetti. Ich weiß mich nicht. Er ist der Major-Domo von der Mannschaft. Er wird sich nach Hause geschickt. Er ist perfekt. Er macht das aber einfach. Er ist immer nur eines der Invisiven. Ich kann nicht die erste Sache über ihn. Wir haben bis jetzt diesen Typen, über den wir die ganze Zeit hören, noch nicht eine Sache irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen muss. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen muss. Dieser Buch, Die Macht der Liebe, Blut und Mandrake. Was hast du erreicht? Um mehr zu lernen, über die Unbeziehungsmöglichkeiten, die uns regeln. Der Verkultismus ist echt. Der Mäste, die die Nacht, die Fabio und ich entfernten. Ich habe ihn fallen. Ich habe ihn auf ihn gelegt. Und es funktioniert. Oh, war es eine Coincidence? Der Universum ist wirklich so lez. Wenn du das sagst, Sie hat ihn geschubst und der ist die Treppe runtergeflogen und war tot. Sie hat ihn auf jeden Fall, ja. Das waren auf jeden Fall Zaubersprüche. Ja. Hast du deiner Jungfrau gebadet? Was? Frau Schleich? Um Mitternacht eingenommen. Ewige Jugend. Bitte nicht austesten. Danke. Treppe auf den Nacken tot. Ja. So ungefähr. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. der Sie. oder der Schmerzen der Welt, manchmal. um zu leben zu leben. Ich habe das und habe er gelernt, dass es besser benutzen soll. Habt ihr euch Ihr Handel an Fabio benutzt Homemade? Ich habe nur das Weißer Magie benutzt. Weil die weiße Magie nicht gewirkt hat, hat sie denn schwarze Magie genutzt und ihn dann damit umgebracht. Mathista vollzog mit Fabio womöglich ein Ritual, um seine Liebe für sie neu zu entfachen. Wo ist dieser Santos jetzt aber? Keine Ahnung, wo ist dieser Santos-Pinchetti? Hallo Sense. So, ich zieh mich jetzt aber erstmal um. Wir laufen die ganze Zeit mit diesem Okkult-Gedöns rum. Sachen sind aber so schrecklich. Ich schnurbe hatte sowieso. Ich schaue mich. Nee. Nee. Es ist halt die Frage, wo kriege ich jetzt die Info hin? Kannst du überhaupt irgendwas beantworten? Wie ich die Polizei hier in dem Spiel kenne, ne? Sogar kein Plan. Danke schön. Danke schön. Ja, sehr gut. Endlich. Sehr gut. Verhörraum Nummer 7. Verhörraum Nummer 8.